Mit dem Einzug modernster Informations- und Kommunikationstechnologie in die industrielle Fertigung werden die Produktionsmaschinen der Zukunft in rasantem Tempo smarter und intelligenter. Die reale Welt verschmilzt dabei zunehmend mit der virtuellen und erzeugt beständig gewaltige Datenmengen. Nur wer diese Daten intelligent analysiert und sinnvoll verknüpft, kann sein Unternehmen heute erfolgreich für die Zukunft aufstellen. Auch in Lindau und Esseratsweiler, den beiden Produktionsstätten von Dornier, hat die Digitalisierung Einzug erhalten. Über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln mit modernen und digital überwachten Fertigungsprozessen Maschinen und Anlagen für die flexible, wirtschaftliche und nachhaltige Herstellung von Geweben, Folien und Verbundwerkstoffen. Dabei gilt für uns stets das Motto Quality creates Value. Denn Vertrauen und Verständnis für die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden haben für Dornier als mittelständisches Familienunternehmen Priorität. Die Digitalisierung wirft eine zentrale Frage auf. Wie verbinden wir die Welt eines Traditionsmaschinenbauers mit dem virtuellen Datenaufkommen seiner Maschinen und Anlagen? Und wie lassen sich die Daten möglichst effizient und sinnvoll zum Vorteil unserer Kunden nutzen? Die Antwort darauf lautet MyDocs, das neue Kundenportal von Dornier. MyDocs bildet die perfekte Schnittstelle zwischen der realen und der digitalen Welt, basierend auf modernster SAP HANA Datenbanktechnologie. Wir verbinden aber nicht einfach nur Daten mit weiteren Daten. Wir verweben die virtuellen Informationen unserer Anlagen mit den Stärken unserer Mitarbeiter und unserem persönlichen Service. Der Mensch ist weiterhin im Fokus. Hier einige Vorteile des neuen Dornier-Kundenportals MyDocs. Ein Online-Shop, über den Originalteile von Dornier direkt und in Echtzeit bestellt werden können. Rund um die Uhr und sieben Tage die Woche. Eine einfache Suche und eindeutige Identifikation der Originalteile anhand von Zeichnungen, Positions- und Materialnummern für einen sicheren Bestell- und Abwicklungsprozess. Eine OCI-Schnittstelle für die reibungslose Kommunikation zwischen MyDocs und Ihrem ERP-System. Zugriff auf alle vorherigen Bestellungen und laufenden Angebote. Benutzerdokumentation und die optimale Datenübersicht durch individuell definierbare Maschinengruppen und Nummern. Im Ergebnis optimierte Wartungsabläufe und kürzere Stillstandszeiten. Unser erklärtes Ziel ist es, mit MyDocs die Art und Weise, wie Gewebe, Folie- und Verbundwerkstoffe hergestellt werden, nachhaltig zu verändern, indem wir Innovationen auf verschiedenen Ebenen ermöglichen. Damit treibt Dornier seine Digitalisierungsoffensive voran und erbringt den Beweis, dass sich menschliche Intelligenz, Maschinen und Prozesse effizient in einem übergreifenden Netzwerk verbinden lassen. Digitales Produkt MyDocs – der Mensch im Fokus.